Bokkoli ist übrigens das Gemüse, was den Körper am meisten entgiftet. Ehrlich? Ja. Bokkoli kann auch total lecker schmecken. Kann. Ich bin doch im Besitz all meiner Zähne und ich kann echt noch ganz gut zubeißen und kauen. Dadurch ein Gemüse, das könntest du wirklich mit dem Strohhalm trinken. Ist da denn niemand da, der die Sachen abschmeckt? Ist da denn niemand da, der die Sachen kontrolliert? Könnt ihr keine Vanillesuchse selber machen? Wir haben immer dieser Bachung hier da. Was ist das jetzt? Ich sag ja hier mal mehr. Ach so. Ich sag immer mal nach und nach. Oder sonst, Peter, Sie, Hacken ist dein Auftrag gerade? Für was? Was gibt's heute Abend zu essen? Was kriegen die Personen? Habe ich keine Ahnung. Wie frustrierend muss es sein, wenn du irgendwelche Arbeiten machst und du weißt gar nicht für was?